Uh, das ist aufregend. Ich saß schon sehr lange nicht mehr vor der Kamera. Hey Leute, ich bin wieder da mit einem neuen Video. Ich weiß, ich habe mich lang nicht mehr gemeldet. Ich hatte ein bisschen was zu tun mit Abi und Umzug, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich habe ein interessantes Thema für heute heute mitgebracht. Für heute heute? Für heute heute. Es soll nämlich ums Thema Passwörter gehen. Und ich habe zu Beginn zwei interessante Statements mitgebracht. Eine ist wahr und das andere ist falsch. Und ich lege direkt mal los. Das erste Statement, mein T-Shirt ist weiß. Und das zweite, 2019 war 123456 das meistverwendetste Passwort im Internet. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte mit euch heute darüber reden, was Passwörter sind, wofür man sie benutzt und was daran gegebenenfalls schlecht ist und warum dein Passwort sehr wahrscheinlich unsicher ist. Das ist jetzt kein Front gegen dich, es ist halt nur wahrscheinlich. Fangen wir erstmal mit dem Grundlegenden an. Ein Passwort benutzen wir, um uns gegenüber einer Sache zu legitimieren, um zu beweisen, hey, ich bin der rechtmäßige Typ, der auf diese Information, auf dieses Objekt Zugriff haben soll. Das kann ein Benutzerkonto auf Facebook sein. Das kann eine Tür mit PIN-Code-Schloss sein. Das kann aber auch die Türe deiner kleinen Schwester sein, die dich nur mit einem Passwort reinlässt. Das Problem ist, dass kleine Passwörter, zum Beispiel so ein Zahlen-Code mit vier Stellen, sehr leicht geknackt werden kann, wenn man da keinen Mechanismus hat, der zum Beispiel nach drei Versuchen den PIN sperrt. Weil vier Zeichen, das hat so ein Computer sehr schnell durchgerattert, dass er alle Möglichkeiten von 0 bis 9999 ausprobiert hat. Das heißt, um ein sicheres Passwort zu haben, müssen wir tendenziell in die Länge gehen. Und da ist das Problem, dass wir Menschen uns sehr lange Dinge und vor allem komplexe Dinge nicht merken können. Das heißt, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und auf mein Anfangsstatement zurückkommen, habe ich gesagt, dass 123456 das meistverwendetste Passwort 2019 war. Das heißt, wir Menschen tendieren natürlich, einfache Dinge zu nehmen. Wir nehmen irgendwie den Namen unseres Haustiers und danach noch ein Geburtsdatum und zack, haben wir ein Passwort, was wir für die nächsten zehn Jahre benutzen. Dabei kann das dann recht einfach sein, zum Beispiel auch durch Social Engineering, also die Kunst, sage ich jetzt mal, Menschen zu manipulieren und gewisse Informationen zu bekommen, das zu, ich sage jetzt mal, zu erschlüsseln. Ja, ich frage dich ein paar Dinge aus. Ja, wo warst du denn zur Schule? Hast du Haustiere? Wie heißen sie denn? Oh süß, wann hast du denn überhaupt Geburtstag? Und kann mir so vielleicht erschließen, was denn dein Passwort sein könnte. Ja, zumindest in die Richtung. Und das sind dann auch zum Beispiel potenzielle Angriffsvektoren gegen Passwörter. Das zweite wäre zum Beispiel ein Brute-Force-Angriff. Ja, wo ich zum Beispiel einfach versuche, ich habe hier eine Liste an Passwörtern oder probiere einfach alles Mögliche durch und versuche dann dein Passwort zu knacken, indem ich jede einzelne Kombination durchgehe. Und da auch wie vorher, je länger das Passwort ist, desto länger dauert das natürlich. Ja, mein PC braucht nicht so lange ein Wort mit vier Buchstaben zu finden, als wenn das Wort 20 Buchstaben hat. Ja, wenn man das jetzt ungefähr so verstehen kann. Ich mache das gerade ein bisschen Freestyle. Ich muss auch so meinen Videostil finden. Deswegen, falls ich irgendwie willrede, dann frontet mich dafür in den Kommentaren. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, langes Passwort ist besser. Aber das Problem ist, wir können uns lange Passwörter nicht merken. Zumal wir eh für jeden Service ein anderes Passwort verwenden sollten. Ja, es wäre ziemlich blöd, wenn man für Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Yahoo, MySpace, das gleiche Passwort verwendet. Weil, sobald ich das einmal habe, im besten Fall benutzt man noch die gleiche E-Mail, ist einmal irgendwas passiert und zack, habe ich Zugriff auf alle Konten. Also ich jetzt nicht, aber... oder doch? Ein gutes Tool, um zu testen, ob man ein schlechtes Passwort in der Vergangenheit hatte, ist die Webseite haveibeenpound.com. Dort kann man sicher sein altes Passwort eingeben, um zu gucken, ob das in irgendwelchen Datenleaks aufgefunden wurde. Und ich muss sagen, mein altes Passwort wurde auch aufgefunden. Das heißt, es kann jedem passieren, dass man irgendwo in einem Datenleak mal drin ist. Deswegen ist es auch wichtig, sein Passwort regelmäßig zu ändern. Aber jetzt kommen immer mehr Faktoren zusammen. Ja, es soll lang sein, man soll auf jedem Account ein unterschiedliches Passwort verwenden. Und am besten soll man das noch alle drei Monate ändern. Ja, ich habe dafür gar keine Zeit, Alter. Ich will doch nur Katzenvideos sehen. Was kann man also tun? Man kann einiges tun. Das Beste wäre jetzt natürlich, hätte ich hier einen Sponsor für einen Passwortmanager, damit ich da ein bisschen Geld dran verdienen würde. Aber das ist nebensächlich. Aber es ist tatsächlich eine Idee, einen Passwortmanager zu verwenden, der quasi das Ganze für einen übernimmt. Und da gibt es einmal die ganzen kommerziellen Anbieter, wie LastPass, OnePassword, Dashlane und so weiter. Ich privat nutze zum Beispiel Dashlane. Es gibt aber auch viele kostenlose Alternativen, wie zum Beispiel, wenn man Apple-User ist, die iCloud-Keychain, die mittlerweile schon ziemlich ausgereift ist, oder Open-Source-Lösungen wie KeyPass. Ja, dort gibt man sein Passwort, seine Nutzerdaten ein, generiert sich dann auch ein starkes Passwort und speichert das dann ab. Und kann gegebenenfalls mit Browser-Erweiterungen dann automatisch sich in Webseiten einloggen. Das ist ziemlich praktisch, weil man dadurch a. sehr starke Passwörter hat und b. sich diese Passwörter nicht merken muss. Und dann ist es auch einfacher, die Passwörter mal zu ändern, weil man dann zum Beispiel auch sich daran erinnern kann. Manche Tools unterstützen dann noch so eine Erinnerungsfunktion, dass man alle paar Monate mal daran erinnert wird, hey, ändere mal dein Passwort. Und das ist ja dann kein Problem, weil ich muss es mir ja nicht merken. Mir ist das egal, welcher Wert da in dieser Datenbank meiner Passwortliste drinsteht. Solange da irgendwas drinsteht, ist mir das egal. Das ist ein mega guter Vorteil, um einen Schritt weiter in Richtung Passwortsicherheit zu gehen. Eine zweite Idee wäre natürlich, zusätzlich zu dem Passwort noch was anderes zu verwenden. Und das wäre dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das war 2014, 2015 schon so langsam da und im Kommen, aber damals hat man noch recht oft mitbekommen, dass irgendwelche Twitter-Accounts gehackt wurden, weil zum Beispiel keine Zwei-Faktor-Authentifizierung am Start war. Das heißt, ich habe zusätzlich zu meinem Passwort noch einen zweiten Faktor. Das ist meistens dann irgendein Code, der durch mein Handy generiert wird oder durch einen speziellen Security-Token oder durch meine Smartwatch, wo einfach mehrere Faktoren benötigt werden, um mich an einem Konto zu authentifizieren. Das habt ihr zum Beispiel mittlerweile durch die neue Zahlungsdienstrichtlinie der Europäischen Union. Kommt ihr nicht mehr einfach so in euer Bankkonto rein, zumindest nicht regelmäßig. Ihr müsst euch immer durch die Fototan, Mobile-Tan oder sonstiges legitimieren. Das heißt, ihr habt einmal euren Zugang und einmal diese TAN. Und das sind insgesamt zwei Faktoren und zusammen kommt ihr dann rein. Das macht es nochmal, um einiges schwerer für Hacker, sich in euer Konto reinzuhacken, weil ihr nicht mehr nur aufs Passwort angewiesen seid, sondern noch was anderes mitbringen müsst. Das heißt, wir nehmen quasi alle diese Regeln, die wir für unsere Passwörter jetzt aufgestellt haben, muss lang sein, sicher, am besten Passwort-Manager benutzen und nehmen zusätzlich noch einen zweiten Faktor dazu, der dann zum Beispiel physikalisch bei uns sein muss. Ja, der Hacker hat nicht mein Smartphone in der Hand, das habe nur ich. Und solange ich das nicht verliere, bleibt das auch sicher. Ja, und schon haben wir einen weiteren Schritt Richtung Passwortsicherheit, beziehungsweise Kontosicherheit dann schon getan. Ich habe in meinem Skript eigentlich noch viel mehr Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel, was es für Arten von Passwörtern gibt. Ja, einmal Passwort, persönliches Passwort, gemeinsam benutztes Passwort und so weiter. Aber ich glaube, das geht schon ein bisschen zu sehr in die Materie rein. Ich wollte jetzt einfach mal nur so ein bisschen ansprechen. Hey, äh, was kann man denn eigentlich machen? Was ist so ein gutes, ähm, gute Grundlage für ein sicheres Passwort und was kann man gegebenenfalls so machen, um das ein bisschen noch sicherer zu machen, ja. Es ist ein bisschen Freestyle jetzt gewesen. Äh, wie gesagt, ich versuche so ein bisschen meinen Videostil zu finden. Aber ich hoffe mal, dass man dennoch ein paar nützliche Informationen aus diesem kurzen Video rausziehen konnte. Ja, so ein bisschen auf Daniel-Jung-Style angelehnt. Ja, nun fehlt mir noch der Bizeps und die Mathe-Skills, aber da, daran arbeite ich noch vielleicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen soll, was das Thema Passwörter betrifft. Da können wir dann nochmal genauer auf Angriffsvektoren eingehen. Ja, Attacken über Dictionary-Attacks, Rainbow-Tables und so weiter, wie Daten, äh, wie Passwörter in Datenbanken abgespeichert werden. Ja, mit kryptografischen Hash-Funktionen und so weiter. Das wären alles Ideen. Aber jetzt erstmal primär Lebenszeichen, nutzsichere Passwörter. Am besten einen Passwort-Manager. Ja, ich schicke euch mal unten in die Beschreibung ein paar Links. Allerdings alles nicht Affiliate. Am besten nutzt ihr die Open-Source-Lösung, die ist nämlich kostenlos. Und ihr könnt einsehen, was da unter der Haube abgeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer, äh, Noel, ja, der jetzt hoffentlich wieder regelmäßige Videos macht, weil ich mir hier ein einigermaßen gutes Setup eingerichtet habe. Es haltet noch ein bisschen. Die Video-Qualität ist, denke ich, in Ordnung. Aber lasst mir wie gerne, lasst mir wie immer gerne Kritik in den Kommentaren da. Das war jetzt mal wirklich auch ein anderes Video als diese beiden letzten Videos, weil die waren teilweise vom Teleprompter abgelesen und schnurstracks ein Skript runtergeschrieben. Aber ich glaube, mir gefällt so diese Art lockere Videoform besser. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.